hallo wie ist der martin firnmann im anki ist das die dax analyse für nämlich noch den 15 3.2023 und unser dax hat so offenbar ein bisschen übertrieben sein spielchen hier den hat es wieder gut zurückgefledert oder fast zerfledert also die bären haben hier definitiv an kraft erst mal eingebüßt und haben unserem dax in den rücklauf reingelassen ja und das auch deutlich die schwache abwärtsbewegung oder seitwärtsbewegung die wir zum tagesende hier hatten hat er nicht nutzen können um weitere tiefs zu 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 setzen und darüber haben wir eben gestern gesprochen dass es jetzt wichtig wird wie setzt er die neuen tiefs oder verweigert er sie vielleicht sogar oder zockt er einfach nur hoch und er hat ganz klar verweigert hat kein neues tief unter dem montag drunter gesetzt kein nachmittag tief kein vormittag tief damit volle möhre nach oben durchgezogen wir hatten gesagt wenn er nach oben durch zieht dann sind die anlaufbereiche was man gesagt 145 15 145 15 2 70 ja das wären so die typischen zonen gewesen sein also ich denke schon dass man die auch so benannt haben die 2 70 hat er dann erreicht hier oben hat sich auch kräftig abgestoßen aber für meinen geschmack nicht genug und deswegen wird es jetzt sehr interessant weil wir haben gestern das durchgesprochen wenn der dax verweigert hier unten zum dienstag und dann auftritt dann kann er durchaus nämlich auch komplett aus kontern die ganze geschichte und die die freitagssprecher einmal komplett rausnehmen und die möglichkeit kriegt er zum montag zum mittwoch jetzt also schiebt er sich weiter über 2 70 300 ohne jetzt hier sich per genick bruch wieder weg zu drehen ist das die nächste anlaufstelle ja 14 4 20 14 450 14 500 das ist definitiv dann nächste anlaufstelle und dann wäre die schwäche erstmal wieder ausgekontert und eigentlich komplette neutralität geschaffen dann wäre der ausbruch unten fehler ausbruch gewesen dann wäre wieder mittig in der range und dann probieren es bestimmt sogar gleich noch an die oberkante im restlichen wochenverlauf also sollte man aufpassen stand jetzt ist aber erst mal noch unterhalb er ist am pullback niveau und er hat auch schon eingedreht das heißt kriegt da zum mittwoch ordentlich schmack nach unten rein geht auch unter 15 31 wieder drunter ohne direkt nach oben zu zucken können erneute abverkaufswellen einsetzen ja und zwar in dem ausprägungsstattung oder gar an dem noch mal nach unten das heißt 14 8 30 14 800 wäre dann das ziel und tiefer eben auch 14 600 da kann man kann man vielleicht auch noch mal gestern reingucken in die einschätzung da haben wir auch ein bisschen weiter tiefere ziele rausgeholt ich glaube ganz so viel brauchen wir jetzt zum mittwoch hier nicht erwarten ich denke wenn er richtig sich mühe gibt dann schafft er noch mal eine 14 800 aber mir wird wahrscheinlich schon eher schwierig jetzt auf mittwoch na weil der montag hat das überraschungsmoment um gehabt einfach auf den aus den aus den news heraus die svb thematik war über das wochenende groß geschürt die leute haben angst gehabt dann kam über wochenende mehr so diese skd eskalation wird alles gerettet dafür fünf zwischen käufer dafür fünf zwischen käufer haben alle gedacht okay jetzt steigt die bude dann doch wieder und dann hat es richtig nach unten raus geknallt richtig schön bereinigt also quasi entgegen dem was die meist gedacht haben und jetzt die rebound ja jetzt wo alle gedacht haben oh gott oh gott passiert vielleicht doch war es schön in den rebound dann bin ich sehr gespannt wie jetzt der dienstag wie der mittwoch ausgeht dienstag ich fand nicht verkehrt ich fand schön war auch sehr markentreu gelaufen der hat doch von vornherein klare ansagen gemacht also hatte deutlich deutlich gezeigt hier wie geht es richtung 270 hier geht es richtung 150 und von daher ist es schon okay es passt das rückläufe gehören dazu und jetzt wird eben wichtig brechen wir jetzt hier rücklaufbereich oder nicht drehen wir uns jetzt wieder runter dann geht es zurück an die tiefs und auch 14 800 macht er sich oben durch dürfen wir uns auf 14 4 20 14 450 und 14 500 zum mittwoch einstellen so mehr kann ich gar nicht mitgeben dass das wichtigste zusammengefasst und alles andere wäre jetzt bloß wiederholung oder noch mal irgendwo wissen ins detail nähe nicht in schweinste teile wir können noch nicht so mänze teil gehen deswegen hier nicht mehr noch und fußlich reden können wir so kurz und knackig lassen das trifft es denke ich am besten ist hier entscheidungs sondern bleibt draußen bleibt ein ausbruch dann war das jetzt hier pullback und ab die luci und richtig weit richtig lang strecken oder eben nicht und er macht einen rücklauf kaputt schiebt sich wieder mittig in die range und dann ist komplett alles vergessen gut also ich wünsche euch was und wir hören uns morgen wieder bis dahin tschüss